Servus, ich bin der Erik und ich stelle euch heute die PITZ Selva Light Hose von Ottobox vor. Was die alles kann und wie cool die ist, erkläre ich euch gleich im Video. Was kann die PITZ Selva Light Pant? Und zwar ist die total stretchy. Das sieht man hier oben auch am Bund. Da ist auch Merino mit eingewebt. Dementsprechend trocknet das total schnell. Das ist ein Vier-Wege-Stretch. Die ist mega leicht. Dementsprechend auch total angenehm beim Tragen. Auch im Schritt für Männer natürlich ganz wichtig. Obwohl hier ein Bund ist, kann man hier drüber im Schritt öffnen. Ansonsten hat sie hier noch eine Tasche, wo man mal verstauen kann. Im Großen und Ganzen super bequeme Hose zum Bergwandern. Wo man sie auch viel benutzen kann, ist zum Klettern gehen. ziehe ich die auch noch gerne an. Ansonsten mehr Tagestouren ist es auch möglich, da sie sehr schnell trocknet und auch wasserabweisend ist. Und was auch noch ist, man hat hier unten Bündchen zum zuschnüren. Mein Fazit ist, diese Hose ist optimal für jeden, der es bequem mag und vor allen Dingen, der schnell auf dem Berg will und alpin gerne unterwegs ist, ist diese Hose einfach spitze.